Ja, ich war schlussend mit dem Spiel gespielt. Es war schwer. Ich denke, wir haben bis zum 1-0 sehr gut gespielt. 15 Minuten. Wir haben sehr gut gespielt. Und dann hatten wir danach zu viele Abspielfehler, viele Konzentrierte. Und dann haben wir auch sehr viel gemacht. Wir haben auch sehr viele Probleme gebracht. Und wir haben uns die Probleme gemacht. Und das hat dann auch noch gehört. Das ging bis zum Schluss so weiter, dass wir vorhin unsere Möglichkeiten nicht genutzt haben. Und hinten dann halt immer wieder mal Gefahr entstehen kann, dass dann vielleicht trotz wenig Chancen vom Gegner ein Tor passieren kann. Und dann haben wir... Die Probleme der Türkei ist zuvor. Wir haben auch noch eine weitere Gespräche. Wir haben auch in der Türkei gespielt. Wir haben auch in der Türkei gespielt. Und es ist für uns wichtig, dass wir weiter... mehr konzentrationen von Blatt-Spring, dass wir... in der Türkei gespielt haben. Wir haben auch in der Türkei gespielt. Wir haben auch noch nicht gut gemacht. Aber wir müssen noch besser. Und das grundsätzlich ist das die Konzentration verantwortlich. Und dann ist natürlich das jeder Spieler auch für sich verantwortlich. dass er da versucht, das auf dem Platz zu kriegen. Und diesen Fokus hat dann die 90 Minuten. Und das problem ist, die es der Türkei gespielt hat. Die größte Teil des Turkei gespielt hat. Die größte Teil der Türkei gespielt hat. Das ist die große Probleme. Und das ist die ganze Zeit. Aber ich muss nur einen 1-0 haben. Und das ist natürlich das wichtigste. Und das ist das wichtigste. Vielen Dank. Die erste Frage ist, ist das vielleicht der Grund, warum die Spieler heute nicht so gut gespielt haben oder das ist das vierte Spiel für dich dann mit Al-Ahli, dass sie heute nicht so präsent waren oder nicht gut gespielt haben, hat damit zu tun, dass die Spieler über das Spiel gegen Samalik im Supercup dann Gedanken darüber machen oder konzentrieren sich auf das nächste Spiel und deshalb waren sie heute nicht so ganz konzentriert und die zweite Frage, waren deine Wechsel heute, haben dann auch damit zu tun, als Vorbereitung für das Spiel gegen Samalik im Supercup? Ich kann nicht in die Köpfe der Spieler schauen, also meine Aufgabe ist so, ich bin immer so, dass ich von einem Spiel zum anderen schaue und jetzt nicht schon, weil das Spiel Samalik, das habe ich bei meinen Vertragsunterzeichnungen schon gehört und ich habe gesagt, okay, aktuell in der季ste Spiel, was es wichtig ist, in der Verteidigung ist das, was ich Und die Bexel, also die hat dann nichts mit denen zu tun, sondern es ist Wir haben ein großes Kader und ich wollte auch mal den einen oder anderen sehen und ich glaube es ist gerade gut, wenn man natürlich viel laufen muss oder auch die offensiven Spieler, die viel unterwegs sind, viele WG machen müssen, dass die dann ab und zu mal eine Pause haben, dass sie dann vielleicht im nächsten Spiel wieder frischer sind. Vielen Dank. Ist dann die Aufstellung von Aswan, dass sie dann so Abwehr spielen, war der Grund warum wir auch nicht so attraktives Fußball gezeigt haben? Und ist der Wechsel von Ali Djang, hat das damit zu tun, dass er viel Misspass gemacht hat? Nein, also auf der einen Seite hat natürlich Aswan gut verteidigt. Das haben sie im letzten Spiel eigentlich auch schon gemacht. Sie sind gut gestanden und haben, aber jetzt heute auch, wenn es nur 1-2 steht, hast du immer wieder die Hoffnung, dass du vielleicht dann auch ein Tor ziehen kannst. Sie sind dann ja auch ab und zu nach vorne gekommen und das ist ja immer alles möglich. Wie kann esλλisch erlaubt die Ball für die andere Behandlungen, und bis dann das ist das Tor schieß? Das ist eigentlich das was wir mit dem Indemus. Das ist das Wichtigste. Man muss die Tour schießen. Man muss die Aus spielen. Und das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ich möchte das Wichtigste. Ich möchte das Wichtigste. Wir müssen die Wunsch machen. Wir müssen die Wunsch machen und wir müssen die Wunsch machen. Und das Wunschte Yank hat... Also nicht jetzt, weil wir einen dauernd in der Vallebüse gespielt haben, sondern hat der Problem nicht. Das Wunschte Yank hat er nicht. Nicht nur wegen der Wunschte der Wunschte, sondern er hat eine einfache Verkaufs. Wir wollten nichts rischieren. Ich wollte keine Risiken. Ich wollte keinen Risiken. Ich wollte nur den Wunschte. Ich wollte ihn. Herr Präsident, Herr Präsident. Herr Präsident, der Wunschte Yank hat die Wunschte Yank hat. Ein großer Unterschied zwischen dem Niveau bei Ismaili, also unserem Niveau bei Ismaili, und heute. gegen Ismaili hat man dann sehr aggressiv gespielt, hat man dann viele Chancen kreiert. Bis er dann in der zweiten Halbzeit, dann hat er ein Tor geschossen, dann war er ein bisschen auch lockerer. Heute, genau wie sie gesagt haben, dann die ersten 15 Minuten hat er sehr gut gespielt, und dann nach 15 Minuten haben die angefangen, auch dann nachzulassen. in der zweiten Halbzeit. Dieses Problem hat den Ahli seit zwei Jahren. Das ist nicht neu. Und hat den Ahli zwei Meisterschaften gekostet. Deiner Meinung, was ist der Grund von diesem Problem? Und welche Lösungen? Es ist Mentalität, Einstellung, es ist Zuverlässigkeit, es ist dann, dass die Spiele müde sind. Heute können wir über Samalik-Spiel fragen, da es dann das nächste Spiel ist. Und bei Samalik geht es nicht, dass man sich nicht voll konzentriert und nicht alles gibt beim Spiel. Ja, also es gibt natürlich immer so Bespiele, also sie sind dann noch nicht so lange zusammen. Die Saison hat erst angefangen, und wenn wir schon müde werden, dann... Und deswegen sollte man einfach mit Coqs auch und Mentalität sein. Ich bin auch jetzt als Spieler kennenzulernen. Und ich bin kein Mensch, dass ich gerne mit dem Spiel kennenlernen, und ich weiß nicht, dass ich mich mehr so wissen, dass es in der ersten Situation ist, Ich bin ein Problem von den Problemen, die ich schon gehört habe. Und ich bin ein Problem mit dem Spiel, die ich sie jetzt auch gehört habe. und ich bin ein Problem mit dem Spiel und können wir sprechen, wie das natürlich kommt, und es ist nicht gut. Also das... Ich spreche mit Läubchen und mit ihnen in Ordnung, weil sie müssen sie verstehen, dass das nicht hilft. Sie machen die Rettoröscher, aber sie machen die Rettoröscher, die wir nicht mehr verletzen. Sie haben keine Rettoröscher, sondern sie machen die Rettoröscher und die Rettoröscher. Das ist ein sehr guter. Wir wollen das nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.